so willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal rams ist der dicke eine neue folge pokémon go eine kleine infofolge aber blickst du doch wieder nicht durch muss euch kurz sagen mein ablauf ich habe eigentlich noch ein video fertig gehabt von sonntag wo wir den mega community rate gemacht haben habe ich gedacht lädst du das am montag hoch nach ne wird ja gar nix du musst ja noch das krypto kyoko hochladen dann machst du es halt am dienstag dienstag wird ja nix jetzt sind ja die news da für februar die kannst du gerade auch nicht machen weil es ist ja auch das eierlei zugangsticket da machst du das halt am mittwoch ne mittwoch ist ja schon wieder raid boss wechsel aber mittwoch hast ja eigentlich raid am mittwoch machst du raid am mittwoch am donnerstag machst du mittwoch raid boss wechsel machst du das mega video von dem mega raid der gar nicht mehr da ist der schon fast eine woche dann weg ist machst du das halt am freitag jetzt kommen aber zwei raid boss wechsel mega raids und so rein da müsstest du das ja also dann am samstag machen weil der mittwoch und donnerstag das machst wegen raid am mittwoch am donnerstag was dann aber erst raid am mittwoch am donnerstag am freitag wird oder du lässt es einfach weg diese woche kein raid am mittwoch oder was sogar noch besser wäre du lässt einfach mega lachos und lachos weg weil die eh kacke sind und die leute sich die zähne daran ausbeißen aber vielleicht wäre es gerade gut einmal ein video von den beiden zu haben eins von dem eins von dem aber ich habe keine ahnung wie ich was mache ich weiß nur dass ich jetzt heute am dienstag für zehn uhr kurz das ticket bespreche 15 uhr kurz die februar news allgemein und dann werde ich wahrscheinlich eine umfrage starten wollen wir raid am mittwoch diese woche weglassen und dafür mega lachos und mega lachos jeweils als community raid machen oder werden wir mega lachos und lachos weglassen die tauschen mir halt die pokédex einträge mal so rüber von den kleinen accounts und wir haben dafür raid am mittwoch am donnerstag am freitag aber am donnerstag weil dann habe ich ja den anderen mega raid für mich das ist merkt ihr wie das ist wenn du nicht zehn sachen an einem tag machen willst aber so viel hast und dann immer nicht weißt wohin jetzt kommt aber der dritte monat wir haben einen monat gehabt 6 5 99 für einen kaum malat da hat man 5 99 für ich weiß schon gar nicht mehr was das pokémon vom letzten mal war und jetzt gibt es wieder ein eierlei zugangsticket für den februar die letzten zwei tickets wurden mir geschenkt da bin ich sehr dankbar drüber müsste aber nicht sein da ist an sich ja meistens nichts besonderes drin diesen bonus von 150 geschenken verschicken da komme ich nicht hin dafür habe ich gar nicht die zeit die 50 geschenke abends aufmachen das fand ich gut das hat spaß gemacht damit du jetzt wenn die nächsten events auch kommen wo man auch vermehrt glücklich wird und glücksfreunde bekommen kann da ist das von nutzen die brutmaschinen sind von nutzen aber ansonsten ist das meiner meinung nach zu teuer zu wenig drin braucht man nicht unbedingt jetzt habt ihr hier aber auch wieder ein pokémon was im fokus steht es gibt auch wieder eine forschung dann dazu wenn das ticket bei mir eintrudel dann muss ich auch wieder ein video dazu machen da ist noch ein kostüm was es damit auf sich hat gucken wir mal hier ab dem ersten februar gibt es das neue eierlei zugangsticket für februar eine befristete forschung tolle boni wie brutmaschinen eine erhöhte anzahl der geschenke zusätzliche ep zur feier des letzten monats von eierlei zugang können trainer die ihre tickets im webstore erwerben neue avatar artikel freischalten die von dem roten sicherheitstrupp outfit aus dem nintendo switch spiel pokémon legenden arkeos inspiriert wurden das heißt nur über den webstore sind dies ist dieses outfit erhältlich wer den nicht nutzt der hat pech das heißt das wahrscheinlich ja auch wenn man das ticket verschenkt der ticketinhaber der das dann kriegt nix davon hat und der verschenker weiß ich nicht wahrscheinlich auch nichts oder also nur die die sich selber kaufen und nur über den webstore kaufen die kriegen dann so ein hässliches outfit was man eigentlich auch nicht braucht das eierlei zugangsticket enthält jeden monat neue befristete forschung die ab beginn des monats abgeschlossen werden kann also man hat den ganzen monat zeit bzw man hat eigentlich die ganze zeit zeit das dann zu machen aber nur den einen monat genauso man hat nur den ein monat zeit bis zum ende mehr ep stau begegnung mit pokémon aus der hisui region ach so ja kaumala togetik und hisui fukano weil diese drei monate haben ja jetzt zu der momentanen jahreszeit gehört das heißt beim nächsten monat bei der nächsten season die wieder drei monate läuft wird sicherlich auch drei monats tickets geben aber irgendwie halt komplett anders eierlei zugang weil hauptsächlich man jeden tag an der brutmaschine bekommen hat und einmal stand kaumalat im vordergrund einmal togetik und jetzt eben noch hisui fukano wobei ich kaumalat togetik beide besser fanden als hisui fukano so ihr können die aufgaben der befristeten forschung im februar bis zum 29 februar 20 uhr abschließen um die belohnungen zu erhalten ist bis zum 27 februar erhältlich also man kann die auch noch zwei tage vor ablauf erwerben bringt aber da nichts weil man ja dann die ganzen brutmaschinen verpasst hat dies davor gab also wenn dann sollte man das sicher mal direkt am ersten tag gönnen am donnerstag 1 februar 10 uhr ist das ding erhältlich kann man dann machen kriegt man hier noch mal in der übersicht das ist alles dabei jeden tag eine einweg brutmaschine für den ersten gedrehten stop des tages oder die erste gedrehte arena des tages dreifache ep für den ersten fang dreifache ep für den ersten gedrehten stop 50 geschenke pro tag öffnen 150 geschenke pro tag verschicken 40 geschenke im item beutel aufbewahren das musst du dir kaufen für 6 euro ja also und was haben wir hier noch genau die forschung umfasst dann eben eine begegnung mit hisui fukano noch mal ep staub und das wird halt auch wieder nicht so umfangreich sein also zweimal ging es gut zweimal wurde mir diese forschung gegönnt ob das ein drittes mal auch funktioniert ich weiß es nicht die brüter nehme ich gerne mit ansonsten finde ich diese ganzen anderen boni jetzt nicht so weltbewegend werdet ihr euch das kaufen werdet ihr euch das eierlei zugang ticket holen für februar schreibt es mal in die kommentare das war es von meiner seite aus wir müssen noch eine umfrage starten was wir mit raider mittwoch oder den zwei mega rates machen wir müssen noch eine umfrage starten was das februar maskottchen für februar werden soll da das aber erst dann nach dem video was im februar überhaupt alles kommt jetzt sehe hier noch masquito der letztes jahr gewonnen letztes mal gewonnen im januar jetzt geht es um den februar und da ist ja auch die sino tour da muss man da auch noch mal ein sino video machen also noch ein sino event gibt das steht auch noch aus also ihr seht es ist so viel los die meisten verlieren den überblick oder spielen nicht mehr weil sie einfach sagen es ist einfach nur noch stress bis dahin peace out vorhaut euer ramses